Da sind wir hier wieder bei Clash of Clans und wir befinden uns gerade mitten im Clan-Krieg und, ähm, ja, der läuft ganz gut für uns. Oh, fuck, ich hab noch keine Heilsachen gemacht, hab ich gerade gesehen, ähm, ähm, die mach ich ja sonst. Was hab ich denn in der Clan-Burg? Ein Drache, na gut, dann brauch ich das vielleicht nicht so dringend, weil ich hab noch ein paar Angriffe geplant. Ähm, ja, ich, hier, wir haben den Chat und zwar, der hat mir gerade ein bisschen geholfen, dass wir ganz gut hier mit dabei liegen. 16, 18 zu 16 für die. Guck mal, die Dörfer sind noch frei. Ich hab das hier, hab ich ja vorhin gerockt, ähm, ja, die Aktivität, die wird besser. Das ist echt schön zu sehen. Ähm, wen haben wir denn, wen haben wir denn, wen haben wir denn? Ähm, ich guck mir jetzt von allem mal erstmal einen an. So, oh, der TS-Gamer. Wer ist denn der TS-Gamer? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer er denn nun ist? Ich weiß ja nie, wer ihr seid. Ähm, deswegen. Äh, ah, boah. Ja, was mich an dem Clan gestört hat, ist, der hat so viel in der Clan-Burg drin, äh. Hat da in der Clan-Burg immer so ein... Da ist doch noch so ein Schwacher und der hat in der Clan-Burg da so ein krasses Teil drin. Das ist dann, ähm, nicht so optimal. Na gut, wir haben unseren Heiler. Ich brauch nicht unbedingt diesen Heil-Zauber, obwohl der jetzt Level 3 ist. Ich werd mal gucken, dass ich das gleich schon schaffe. Oh, du hast... Alter, du hast diese Teile, die sind geil. Mann, ich will die auch haben. Mann, der arme Björni hat davon nix. Äh. Ja. Ich, das guge ich mir noch an. Ich guge mir an. Äh, ja, meine. Meine wollte ich dir nochmal zeigen. Und das in Echtzeit. Ich hab ja nie... Achso. Hä? Ich hab Nummer 13 angegriffen. Ich dachte Nummer 11. Äh, da war ich grad ein bisschen vor der Spur. Und so hab ich da erstmal... Die Luftabwehr angegriffen. Ich hab das ein bisschen doof gemacht, weil ich den Heiler schon so früh gesetzt hab. Hätt ich nie machen dürfen. Hab ich aber dann gemacht. Dann hat er die Riesen hoch... Na gut. Dann ist er kaputt gegangen. Und was ich dann gemacht hab, ist... Ich bin dann hingegangen. Hab diese Dinger da erstmal frei gemacht. Und dann haben die doch... Gut. Dann sah es erstmal schlecht aus. Ich dachte so... Äh, das ist wieder gar nix, ne? Dann hab ich Bogenschützen. Ja. Und dann... Ich glaub, ich hatte noch ein paar Riesen. Dann hatte ich gar nix mehr, ne? Weil es tot. Und dann... Komm ich mit meiner Geheimwaffe. Ja, ja. Ich komm mit dem Drachen daher, den ich gespendet bekommen hab. Ähm... Weil ich hab den Eingriff so ein bisschen verkackt. Und dann komm ich daher. Ja. Und geh erstmal dahin, ne? Ja. Ein Traum. Zweiter Turm kaputt, ne? Machen wir auch nochmal die Clanburg kaputt. Ja. Wir wollen auch nochmal... Ich werde dann noch ein bisschen schneller hier. Wollen wir auch nochmal sicher gehen. Und dann kommen wir hier nochmal hier zu dem Ding kaputt machen. Dort... Oh, du wolltest mich kaputt machen, weil ich dich auch nochmal kaputt... Hab ich hier nochmal so einen Heilkreis gezogen, damit der Drache auch ein bisschen geheilt wird. Das wird ja hier 800 Leben, ne? Und, ähm... Dann hab ich da noch ein paar Bogenschützen gesetzt. Hier nochmal, ähm... Den Rest... Die restliche Verteidigung down gemacht. Und den Rest... Den haben wir dann einfach... So... Hier... Für dich... Hier einfach angegriffen. Das war zeitlich echt knapp. Guck mal. Dann war... Sie... Nur noch ein paar Sekunden. Und dann hab ich da, ähm... Na gut, das kann man jetzt nicht sehen. Dann hab ich da... Stell noch das kaputt gemacht. Und dann, ähm... Das war relativ knapp. Aber... Es war anscheinend gut. Ich zeig noch... Uh... Der Frederik... Äh... Der Frederik hat angegriffen. Der Rambo und der Sebi. Zeig ich jetzt noch. Sebi. Vorhin noch geskypt. Und... Muu, du hast ja dann doch angegriffen. Find ich gut. Bin ich super. Ächt toll. Ähm... Ah ja. Da hat natürlich wieder viel in der Klamour... Ähm... Ah, so macht man das. Ach, Mann. Und singelt die mit den Bogenschützen. Und da... So macht man das. Ah, cool. Hier haben wir was dazugelernt. Na gut. Das war jetzt ein bisschen sinnlos. Mit diesen... Na gut. Aber... Manche... Hat das ja abgelehnt. Na gut. Das war auch ganz... Ja. Level 1. Ich will auch so ein Viecher haben. Das ist geil. Ich bin ja jetzt noch dabei. Mein Magier-Tour macht wieder 2 zu upgraden. Das sieht irgendwie aus wie mein Reich. So ähnlich. Hat das versucht jemand zu kopieren. Ja. So ähnlich. Nicht gleich, aber ähnlich. Finde ich. Joa. Und dann ist man da gut durchgekommen. Und... Mach natürlich auch den Rest hier kaputt. Zack. Oh. Diese Flaggen sind schöne Deko. Du hast dich jemand echt eine tolle Deko gegönnt. Ne? Denkt er sich wohl auch. Ich möchte von jedem einfach mal einen zeigen. Was hat der geschaut? Ach ja. Stimmt. In dem habe ich vorhin auch geskypt, oder? Ne. Ne. Weiß ich nicht. Ich habe mit so vielen geskypt. Aber... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es ist immer so... Wer war denn nochmal Frederik? Keine Ahnung. Ähm... Was hat man hier... Ah. Hier hat man... Aber zumindest... Ja. Zumindest hat man hier nochmal... Ein Stern geschafft. Das ist ja auch nochmal... War das... War das knapp? Ich weiß nicht. Naja gut. Der Heiler hat auch gut geheilt. Ne. Aber... Hä? Ist die Zeit alle gegangen? Oder hat er aufgegeben? Das... War jetzt nicht ersichtlich. Ah ja. Ach stimmt. Wir haben mit Rambo. Hab ich geskypt. Ähm... Hier. Ich zeige mal... Ich zeige mal die guten Kämpfe. Den Drei-Sterne-Kampf. Zeige ich mal. Okay. Ach. Ah ja. Das Reich hatte ich mir auch angeguckt. Hatte ich auch erst überlegt anzugreifen. Na ich dachte mir so... Nö. Ich weiß nicht was denn ein Clan-Book hat. Nö. Machen wir mal nicht. Nö. Nö. Ähm. Deswegen war ich da so ein bisschen skeptisch. Und hab das dann eher sein gelassen. Aber na gut. Dann hast du das glücklicherweise jetzt... Auf die Reihe gekriegt. Besser als wenn ich das versucht hätte. Ich hätte das eh nicht geschafft. Ähm. So. Das ist... Das geht kaputt. Jo. Drei Sterne im Säckel. Sag ich mal. So. Und jetzt versuche ich nochmal, dass wir ohne die Heizhauber auskommen. Mal guck mal. Guck mal. Die haben... Ich glaube 12... Äh. Feindliches Team hat... Wie viele Angriffe haben die benutzt? Ganz viele. Und die haben... Guck mal. Der... Guck mal. Ich wurde zweimal angegriffen. Wurde zweimal angegriffen. Ey. Alter. Wer hat mich nur angegriffen? Zweimal. Für mich ist das jetzt... Äh. Ja. Für mich ist das cool. Guck mal. Guck mal. Hier. Ey. Guck mal. Zweimal. Und der hat keinen Stern geholt. Jetzt bin ich aber... Jetzt bin ich aber happy. Ne? Ja. Der hat angegriffen. Der will mir jetzt angucken. Das finde ich jetzt... Ah ja. Ich habe einen Drachen. Naja. Der Drache. Ähm. Der ist nicht ohne. Ne? Ich mache das mal ein bisschen schneller. Der Drache. Super, dass ich einen Drachen in der Clanburg habe. Danke auch an die Leute, die mir immer mal so Drachen geben. Die helfen mir immer. Ja. Jetzt wird der Drache so ein bisschen auseinandergelegt. Hat man die aber nicht so clever gelöst. Finde ich. Na gut. Einen Drachen zu töten ist schon schwer. Ne? Mal so ein Drache. Der kann was. Aber... Und dann ist er hier hingekommen. Na gut. Die Sachen macht er kaputt. Ja. Kann ich ja jetzt. Na gut. Aber das sind nur die äußerlichen Sachen. Das ist ja nicht so schlimm. Na gut. Oder dann klaut er ein bisschen Geld. Ein bisschen Elixier. Ja. Na toll. Und der Rest war dann die Zeit glaube ich abgelaufen. Weiß ich nicht. Und was ist denn der Zweite, der bei mir fehlgeschlagen hat? Ich lache die irgendwie voll aus. Ich weiß nicht. Ich finde das lustig. Welchen habe ich jetzt gezeigt? Den ersten habe ich gezeigt. Jetzt gucken wir uns den zweiten an. Ähm. Ja. Jetzt dieses Mal kommt man von dieser Seite. Ah. Den habe ich ja noch nicht geguckt im Vorfeld. Uh. Ich hatte wieder einen Drachen da drin. Uh. Das ist ja schön. Das ist wirklich geil. Danke an den, der auch immer die Drachen gibt. Vielen Dank nochmal. Aber ich glaube, danke an Sebi. Sebastian. Ja, danke. Du bist das glaube ich. Ähm. Ja. Super. Super geil. Gibt es den Clanschett? Nö. Die sind schon alle oft. Ich vernichte die Elf. Schön. Ähm. Ja. Ich habe das extra so gemacht. Warte. Sind da zwei? Ne. War zweimal. Ne. Der eine Magierturm ist da. Oder. 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 Okay. Und dann. Da kommt man nicht weit. Oh. Soll ich die tauschen? Was meint er? Soll ich die tauschen oder nicht? Kommentare bitte. So. Nein. Ich greife jetzt. Im Clankrieg wollte ich angreifen. Welchen greife ich denn an? Ich spiele erstmal. Gut. Also ich sehe da nicht so schwer aus. Ja. Ich weiß. Äh. Ich will jetzt aber kein Risiko eingehen, dass ich den doch nicht schaffe. Oder doch. Warte. Wie viele Beute bringen die denn? Der bringt nur 27. Ich weiß nicht. Ich greife jetzt mal den hier an. Ähm. Ähm. Ich habe zwar keine Heilzauber mehr. Aber. Aber wir haben hier. Scheiß drauf. Von wo greifen wir denn an? Ähm. 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 Da wo die Luftabwehr ist. Am besten. So. Da. Und. Äh. Dann. Ähm. Nein. Oh. Was macht ihr? Och Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Äh. Scheiße. So. Und dann sitzen wir da. Wir haben einen Heiler. Und. Ähm. So. Dann sitzen wir. Oh. Fuck. 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 Äh. Und das war jetzt ein bisschen ein Fail. Finde ich. Wir haben keine Heilzauber. Aber wir haben einen Drachen. Wir haben einen Drachen. Wir haben einen Drachen. Keine Sorge. Bionni. Du. Du schaffst das schon noch. Du hast einen Drachen. Du hast einen Drachen. Das schaffst du schon noch. Und der Heiler. Und der Heiler. Der haltet er immer noch da. Ja. Hier nochmal. Und. Ähm. Hier kannst du die ganzen Ressourcen mal. Ähm. Oh. Da gibt es das in der Clanburg. Oh. Hier. Guck mal. Die. Sie können den mal ablenken. Hier. Diese Viecher da. Ähm. Ist doch ganz geil. Ne. Zwe. Äh. Erste Stern haben wir. Den zweiten holen wir uns jetzt auch nochmal. So. Da nochmal den Drachen. Dass wir den da irgendwie kriegen. Und hier nochmal ein bisschen punchen. Ja. Oh. Scheiße. Die Luftbombe. Die hat aber zum Glück nicht den Drachen getroffen. Äh. Scheiße. Die Magie. Äh. Ja. Das ist nicht so töfte. Hm. Ja. Gut. Der Drache hat es nochmal. Ach. Ja. Zweiter Stern. Ja. So. Den dritten bitte ich dann jetzt. Dass irgendein einfacher den angreifen könnte. Da holt man locker drei Sterne. Das hier habe ich jetzt gemacht. Na gut. Ich hätte gerne meine Kreise in den Hals aber noch gehabt. Aber. Ja. Wir haben es trotzdem geschafft. Ja. Super. Obwohl ich gerade ein bisschen skeptisch war. Guck mal. Da sind die 100%. Und die drei Sterne. Ist doch sauber. Ist doch sauber. Lohnt sich doch. Wieder Aktivität hier. Drei Sterne. Zwölf Angriffe von denen. Die haben 18. Elf von mir. Ich hoffe da greift ja noch einer von uns an. Wenn einer von denen noch angreift. Ah. Das ist ein. Ich weiß nicht. Guck mal. Der. Der hat seinen zweiten Angriff noch nicht genutzt. Der auch nicht. Der. Ich weiß nicht wie aktiv die sind. Ne. Deswegen. Es kann ja sein. Es ist jetzt knapp auf knapp. Guck mal. 4 EP habe ich gekriegt. Guck mal. Da haben wir schon ein bisschen EP gekriegt. Ne. Ja. Ist doch ganz nett. Ne. Ja. Ich bin wieder die heroischste Verteidigung. Ich bin dabei heroisch dabei. Das ist ja schön. Das ist ja geil. Naja gut. Die 15 bitte ja töten. Ja gut. Dann sehen wir uns. Bei der nächsten Folge von Clash of Clans wieder.